Mühli Wir finden raus was Mühli hat. Mühli hat die Dizzy Krankheit. Finger vor dem vor dem vor der Kamera Das sieht auch echt schön aus. Oh, warte mal. Ist das hier so eine Buttonbox, die man an die Wheelbase klemmt? Das ist auch geil. Das ist echt schön. Oh, und der Dachschräge. Ah, ja, ja. Ich glaube, Mühli wird im Sommer auch ein bisschen warm. Schöne Ablage hier unten. Das sieht echt schick aus. Ja, das sieht so aus, ja. Ich habe das Gefühl, Mühli macht irgendwas mit Metall. Ich habe das Gefühl, Mühli macht irgendwas mit Metall. Weil das hier ist, glaube ich, handgefertigt. Auch schön. Ist wirklich sehr schön, Mühli. Das ist doch nicht original, oder? Ist das original? Was ist denn das Simmagic? P1000? Nee, P2000? Ob es ja die Pokale einfach hinten hingestellt hat. Scheiß auf die, muss keiner sehen. Scheiß auf die Pokale. Wen interessiert das? Wofür sind die Pokale? Ich will das wissen. Aber es sieht so ein bisschen aus wie Kart, ne? Es sieht so ein bisschen aus wie Kart, ja. Aber auch ein sehr schönes Rick, Mühli. Ein wirklich sehr, sehr schönes Rick. Was haben wir denn hier? Lord Sim. Jeder fängt mal klein an. Oh, sogar im Mazda Cup. Nee, sogar nicht im Mazda Cup, aber im Mazda unterwegs. Neue Thrustmaster Wheelbase, alright? Du, ich meine, wenn das funktioniert, funktioniert das, ne? Schön. Das ist ein T128. Was haben wir denn hier? Kalian VR. Kalian fährt VR. VR ist auch eigentlich immer ziemlich geil, weil das so ausgedünnt ist. Das braucht nicht so viel Platz. Okay. Okay. Okay, hier wird es gleich, glaube ich, richtig wild. Da ist ein Bildschirm in der Wand drinnen. Das sehe ich schon, weil da was drauf läuft. Wir haben was? Shaker dranne? Motion dranne? TrackRacerRig? Invicta Wheelbase, glaube ich? Ne, Forte? Doch, Invicta Wheelbase. Was für ein geiler Keller das ist. Oh, tatsächlich ist das da ein Monitor. Hier wird ein Kabel drüber gezogen. Aber ich meine, was soll's? Ist ja okay. Oh, was für ein schöner Hobbykeller, ey. Und sogar, ui, hier, jemand weiß, wenn Custom Loop drin ist, ist es meistens Bastelfredi. Aber ich glaube, da hat jemand Bock auf VR, schön. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken hier. Crystal, Mario, Aero, PlayStation 4, Invicta, Invicta Wheelbase. SFX von eRacingLab. Gestern erst angeschlossen. Ich weiß, ist nicht der Gedanke von SFX, aber ich habe keine Ahnung, keine Zeit und Lust. Ach so, quasi ein fertiges Kit gekauft. Jo, du, Mara, mach doch. Ach so, guck mal, hier kannst du auch auf dem Dings umbauen. Ah, das ganze, die ganze Bude ist umgebaut auf VR. Hier sind so ne Haken auch noch dran, ne? Also wird er wahrscheinlich das auch noch so normal benutzt. Das ist halt echt gut. Das ist vor allen Dingen sehr durchdacht von Kilian. Schön. Das ist wirklich schick. Slaptrap. Ah, guck, Slaptrap ist ja auch, äh, Kollege, ich verschiebe meinen Monitor. Hier fahren wir, was ist denn das? Ah, Moser kann man aber so schwer auseinanderhalten. Welche Größe es ist, aber das wählen wir gar nicht raus. Der Sitz sieht, äh, von der Sitzfläche eher sehr lang aus. Okay, interessant. Aber es ist ein super simples Gestell und, denke ich, funktioniert. Cool. Mal gucken, ist Moser R5? Ja, ist R5. Okay. Das ist doch nice. Und das mit dem Monitor gefällt mir auch echt gut. Was haben wir denn hier? Äh. Oh, Mizi! Das ist, glaube ich, äh, Thrustmaster Wheelbase. Das steht auf dem Tisch, der Monitor, okay. Ja, das ist, äh, komplett einmal Thrustmaster durch. Aber geil! Tuf, wenn's funktioniert, why not? Das ist doch cool. Und das nimmt scheinbar auch nicht so viel Platz weg. Das ist geil. Ben, schön. Was haben wir denn, Micha? Anfang am Schreibtisch mit VR. Motelis Rick, Grundbasis. Okay. Ja, du, warum nicht? Aber das, glaube ich, aha, ja. Wir sehen, was jetzt passiert. Das ist sehr clean. Neee. Der hat sich einen ganzen Raum dafür gemacht. Wow! Was? Ui. Ui, ui, ui. Das ist aber ganz schön gewachsen über die Jahre. Wow! Wie schön ist das denn bitte? Guck mal, wir sind von hier nach da, nach hier. In so ein, ich hab mir einen eigenen Raum gemacht. Zu das hier. Wow! Das ist ja richtig geil. Mietzi, würdest du bitte nicht dich auf die Tastatur legen? Danke. Krass, Micha. Schön. Rehnbark. Oh, ich hatte ja einen Rehnbark, ja. Das ist auch mega geil, ne? So einen ziemlich simplen Stand. Zusammengetütert. Das ist doch richtig geil. Das gefällt mir. Oh, Huch. Warte mal, wir sind von hier nach hier? Ich glaube, da hat einer über die Jahre doch ein bisschen Lust gehabt, sich zu verbessern. Oh, was ist hier los? Holy shit! Das ist auch nur dezent gewachsen. Ganz dezent. Und da fährt jemand sehr gerne Porsche. Hier ist sogar das Porsche, äh, oh, das Porsche Dash drinne. Holy moly, da hat einer richtig Bock gehabt. Rehnbark. Wow. Hunky. Hunky hat geupgradet, so wie es aussieht. Noch mit der, mit der neuen Buttonbox drinne. Oh, das neue Mercedes-Benz ist bei Hunky drinne. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. So, was haben wir denn? Mike Georg. Hui, Mike Georg? Äh, der hat sich richtig eingegönnt. Also, Mike Georg ist auf jeden Fall Porsche-Fahrer. So viel steht schon mal fest. Weißt du, jedes Mal, wenn ich sowas alles sehe, dann denke ich mir, wow, sieht mein Setup scheiße aus. Ui. Ist das nicht das mit? Das ist doch das Wheel von, äh, von Fanatec, oder? Ist das umgebaut? Das ist auch umgetütert. Das ist auch von Fanatec. Hier wird sehr viel gebastelt. Was für ein schöner Raum. Also wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Mike. Richtig, richtig schöner Raum. Das hast du wirklich sehr schön gemacht. So clean und aufgeräumt. Das sieht auch alles sehr schick aus hier. Was haben wir denn hier noch alles? Oh, alles mit Kabelschläuche in schön. Alle Kabel gesleeved. Da, ui, da hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gemacht. Nicht so wie ich. Ui. Das ist, also Mike, ganz, ganz tolle Arbeit, wirklich. Richtiger Banger. Heute sind generell ganz schön viele Banger dabei. Felix. Was haben wir denn bei Felix? Felix, einfach ein Erfinder. Felix ist einfach ein Macher. Einfach bei Ikea viel Boxen gekauft. Brett oben drüber. Sieht aus wie Gran Turismo. Ja. Oh, place it und gib ihm. Geil. Felix, einfach ein Macher. Das war sein erstes Rick. Oh, warte mal. Das geht noch weiter. Felix, seine Evolution. Oh, okay. Okay, Felix hat geupgradet. Oh, nice, nice. Schön, 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 schön. Gefällt mir. Schön aufgeräumt und clean. Geiles Update, Felix. Geiles Update. Geiles Update. Hä? Sebeto. Was hat denn Sebeto hier? Sebeto ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Alrighty. Mizi, würdest du bitte nicht die ganze Zeit auf der Maus liegen? Danke. Ui. Sehr viele Buttonboxes, Dashes. Wild. Eine kleine, okay. Dahinter hängt ein Tablet, glaube ich. Naja. Das ist auch sehr schön hier. Das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ach, guck mal. Hier hängt sogar noch ein Dash vor dem. Gott, ich habe schon wieder Ideen für den 3D-Drucker. Danke, Sebeto, für deine Idee. Ich habe eine Idee mit einem 3D-Drucker. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe auch eine Idee mit einem 3D-Drucker. Aust notable YouTube-Drucker. Das sieht wirklich so aus. Das ist gut, glaube ich. Ich habe schon wieder zuerst aus. Du bist ein Zersatz, denke ich jetzt etwas in 5-Drucker.